Hallo, heute werden wir es gemütlich packen. Manu ist wieder dabei. Wir spüren beide noch ein bisschen die Füße von der Ausdauereinheit. Manu wollte in der Zwischenzeit sogar schon noch eine Skitour, also gewaltig. Und deswegen werden wir es heute ein bisschen locker umgehen. Aktive Ruhe sozusagen. Natürlich ein schlechtes Licht, aber das wird mit Sicherheit besser werden. Gut, ciao dabei! Musik Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018